Wenn das Smartphone beschädigt oder defekt ist, stellt sich die Frage, ob man es reparieren lassen soll, statt ein neues Gerät zu kaufen. Worauf kommt es dabei an und welche Möglichkeiten gibt es? Ein unbedachter Moment, schon liegt das Smartphone auf dem Boden und der Bildschirm ist hinüber. Häufig treten auch Wasserschäden und defekte Akkus auf. Und nicht selten gehen Kopfhörer oder Ladebüchsen kaputt. Lohnt dann eine Reparatur, und wenn ja, von wem? Apples neues Top Epone X ist mit mehr als 1,100 Euro nicht nur das teuerste Smartphone in Großserie, der US-Konzern ruft auch für Reparaturen selbeste Biosch.de-Preise auf. Muss das Display ausgetauscht werden, verlangt die hauseigene Werkstatt mehr als 320 Euro. Für jeden sonstigen Schaden werden Apple, zufolge 611 Euro fällig, manches spitzen Smartphone, der Konkurrenz ist günstiger. Nicht nur Apple-Kunden müssen mitunter tief in die Tasche greifen. Der Bildschirmaustausch kann auch bei Samsungs Top-Smartphones, aus der Galaxy S-Serie, mehr als 300 Euro kosten. Bei älteren Modellen beider Hersteller kommt man oft deutlich günstiger weg. Doch wieso haben sich Smartphone-Reparaturen, zumindest bei den Dispels, so verteuert? Den Grund sieht Stefan Kirchner, vom Telekommunikationsportal, tltarif.de in der Bauform, immer kompakter werdende Gehäuse bei mehr Display, sehe ich kritisch. Dadurch wird es eng im Gehäuse, wo noch der Akku Platz finden muss. Wer sich beim Kauf die Frage stellt, wie gut sich ein Smartphone reparieren lässt, müsste eigentlich die Finger von aktuellen Spitzenmodellen lassen, bei diesen wird gerne viel Kleber verwendet, in Kombination mit sehr empfindlichen Kabelverbindungen, was das Öffnen selbst schon zu einem Russisch-Roulette macht, sagt Kirchner. Die Smartphone-Hersteller reparieren, entweder in eigenen Werkstätten oder verweisen wie Samsung auf autorisierte Werkstätten, die Originalteile verwenden. W-Support und Fone Service Center, zwei der Samsung-Partner, die aber auch Geräte anderer Marken reparieren, verlangen für den Bildschirmtausch des Samsung-Top-Modells Galaxy S8 rund 300 Euro. Ein Akkutausch kostet bei W-Support 60 Euro. Auch viele Elektronik-Märkte reparieren, Media Markt und Saturn etwa vor Ort. Dort werden für Bildschirme von Top-Smartphones wie dem Samsung Galaxy S8 ebenfalls rund 300 Euro fällig. Ein älteres Galaxy S4 erhält dagegen für deutlich günstigere 100 Euro ein neues Display. Andere Anbieter arbeiten als Versandwerkstätten mit wenigen oder gar keinen Filialen und lassen sich defekte Smartphones per Paket zuschicken, zum Beispiel Handy-Reparatur, 123 oder Lisfix. Es gibt zudem Dienstleister wie Reparando, die beim Kunden vor Ort reparieren, ein Service, der etwas mehr kostet. Portale wie C-Li-C-K-Repair.de oder Handy-Reparatur-Vergleich.de vergleichen Dienstleister und ihre Preise. Egal, wer repariert, es besteht immer die Gefahr, dass alle Daten auf dem Smartphone auf dem Smartphone Vielen Dank.